Die Schachweltmeisterschaft 2023 ist eröffnet. Heute fand die erste Partie in Astana in Kasachstan statt und es ist die erste Schach-WM seit zehn Jahren ohne den noch amtierenden Weltmeister Magnus Kasen. Dieser wollte nicht erneut antreten zur Schachweltmeisterschaft und überlässt seinen Titel kampflos und zwar einen dieser beiden Kontrahenten, nämlich Yannick Pommerschi, dem Herausforderer von der letzten Schach-WM. 2021 hat er gegen Kasen verloren und Ding Li Ren, dem Superstar aus China. Yannick Pommerschi Nummer zwei der Welt gegen Ding Li Ren Nummer drei der Welt. Also definitiv ein hochwertiges Match, aber ohne Magnus Kasen natürlich nicht das gleiche. Die beiden spielen über 14 Partien, maximal 14 Partien. Der erste Spieler, der sieben Halbpunkte erreicht, gewinnt dieses Match und heute ging es los mit der ersten Partie. Nepomerschi oder Nepo, wie auch von den Fans einfacherweise genannt wird, eröffnete mit den weißen Steinen. Wenn ihr gerne informiert werden möchtet, sobald hier neue Videos auf dem Kanal erscheinen, neue Videos zur WM, dann könnt ihr gerne auf den roten Button klicken und einmal abonnieren. Jetzt steigen wir ein hier mit der ersten Partie. Nepomerschi eröffnet mit E4, E5, Springer F3, Springer C6. Klassisches Spiel, erstes Mal von beiden Seiten. Es ist die spanische Eröffnung und wir sehen links eingeblendet die Engine-Leiste, die uns zeigt, wer besser steht. Je mehr das ausschlägt in eine Richtung, je mehr weiß zu sehen ist, desto größer ist der Vorteil für weiß. Je mehr schwarz zu sehen ist, desto größer der Vorteil für schwarz. A6, Läufer A4, Springer F6. Das ist die spanische Hauptvariante. Kurzuchade, Läufer E7, Ding Lirend bleibt seinen Eröffnung treu. Das war definitiv keine Überraschung für Nepo. Und jetzt spielt er eine erste kleine Überraschung. Die beiden Hauptzüge sind D3 und T1, um diesen Bauern auf E4 zu decken. Stattdessen schlägt Nepo auf C6. Gut, das ist der drittmeist gespielte Zug. Diesen hat Ding sicherlich auch noch auf der Rechnung gehabt. Jetzt D schlägt C6. Wenn weiß nun den Bauern schlagen würde auf E5, würde schwarz auch den Bauern schlagen auf E4. Da wäre nicht viel gewonnen. Deshalb also Turm E1, um den Bauern zu decken. Und jetzt ist dieser Bau auf E5 angegriffen und schwarz zieht den Springer zurück, um diesen zu überdecken. D4. Weiß spielt im Zentrum. Schwarz tauscht ab. Die Dame kommt ins Zentrum, greift den Bauern an. Aber schwarz möchte sowieso den König in Sicherheit bringen. Hier kurz hochieren. Und nach Läufer 4 ist ein schöner Moment, um einmal innen zu halten, was ist jetzt passiert in den letzten Zügen. Weiß hat seinen Läufer abgegeben, den schönen weiß für den Läufer. Aber dabei etwas die Struktur von schwarz am Damenflügel geschwächt. Wir sehen, schwarz hat dort einen Doppelbauern. Und das bedeutet, dass weiß am Königsflügel hier eine Mehrheit hat von 4 Bauern gegen 3 Bauern. Das ist also ein struktureller Vorteil für weiß. Auf der anderen Seite hat schwarz die beiden Läufer, das sogenannte Läuferpaar. Und deshalb hält sich das hier ungefähr die Waage. Beide Seiten haben ihre Trümpfe. Nippon ist nach wie vor in seiner Vorbereitung. Springer C5 von Ding, jetzt ein sehr vernünftiger Zug, bietet den Damentausch an. Die Dame zieht sich zurück. Und Ding hier mit dem Zugläufer G4, das ist eine erste Ungenauigkeit. Er schien diese Stellung jetzt nicht mehr weiter zu kennen. Und danach sollte weiß besser stehen. Der richtige Zug wäre hier Springer nach E6, um erst einmal den Läuferabtausch anzustreben. Der Läufer zieht zurück. Und jetzt Turm E8. Sicherlich hätte das Nepo noch deutlich weiter und deutlich tiefer gekannt, denn die Eröffnungsvorbereitung, diese spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Schach-WM. Denn es geht darum, den Gegner zu überraschen, in Stellung zu bringen, die man selber besser kennt, wo man Probleme direkt stellen kann und dann in Vorteil kommt. Und in Vorteil kam Nepo hier nach dem Zugläufer G4. Jetzt zieht der Springer ins Zentrum. Damit blickt der Läufer erst einmal ins Leere. Dame D7 möchte den Turm ins Spiel bringen. Springer C3. Der Springer wird entwickelt. Das ist logisch. Der Turm kommt auf die offene Linie. Und hier ist der erste, würde ich sagen, kritische Moment in der Partie. Der Springer ist angegriffen und Nepo hatte eine sehr interessante Möglichkeit zur Verfügung. Er spielt den Zug Springer F5, was in Ordnung ist. Aber H3 hätte eine giftige Falle aufgestellt. Greift den Läufer an und nach dem, wie ich finde, offensichtlichen Zug Dame schlägt D4, würde Weiß nicht den Läufer schlagen und auch nicht die Dame schlagen. Das wäre jeweils gut für Schwarz, sondern es käme eine richtig kalte Dusche hier mit dem Zug Springer D5. Damit wird die Deckung zur Dame unterbrochen und es wird auch der Läufer angegriffen auf E7. Und hier wäre Schwarz, wir sehen es an der Engine-Leiste links, bereits in großen Schwierigkeiten. Denn Dame schlägt E3, wird mit einem Zwischenschach beantwortet. Springer schlägt E7 Schach. Der König muss also ziehen. Und nach König H8 Läufer schlägt E3. Hat Schwarz das Problem, dass hier beide Leichtfiguren attackiert sind auf G4 und C5. Damit wird Schwarz eine weitere Figur verlieren und steht komplett auf Verlust. Insofern, nach H3 in dieser Stellung dürfte Schwarz gar nicht unbedingt auf D4 schlagen wegen dem starken Zug Springer D5 und müsste hier den, wie ich finde, nicht leichten Zug Turm E8 finden. Läufer H5, Springer F5 wäre auch besser für Weiß. Aber nach Turm Fe8 sollte Weiß auch besser stehen. Springer B3 wäre möglich. Oder auch jetzt den Läufer zu schlagen und hier in dieses Endspiel zu gehen. Nach Damen schlägt D4. Damen schlägt D4, Turm schlägt D4. Weiß gewinnt hier einen Bauern. Schwarz hat Aktivität, aber nichtsdestotrotz Weiß ist hier definitiv am Drücker. Und das war eine sehr spannende Fortsetzung, die Nepo scheinbar nicht in Betracht gezogen hat. Dieser Zug Springer D5 natürlich nicht so leicht zu sehen. Wie ging es weiter? Springer nach F5 und nun trifft auch Ding Liren nicht die optimale Entscheidung. Er sollte den Springer hier loswerden direkt mit dem Läufer und damit würde Weiß auch etwas eine schlechtere Struktur bekommen. Jetzt ist diese Mehrheit, diese 4 gegen 3 Mehrheit, die wir gesehen hatten, ist entwertet und nach Turm E8 sollte hier alles in Ordnung sein für Schwarz. Natürlich ist Potenzial in der Stellung, aber letztendlich ist das hier in Ordnung. Folgen wir einmal der Partie. Es folgte Springer E6 und jetzt tauscht Weiß den Läufer ab und wir sehen, dass Weiß den Trumpf behalten hat, der besseren Bauernstruktur. 4 Bauern gegen 3 Bauern von Schwarz, aber Schwarz seinen Trumpf verloren hat, nämlich die beiden Läufer zu haben, das Läuferpaar und deshalb steht hier Weiß etwas besser. Also die Eröffnung ein Erfolg für Nepo. Er zieht den Läufer zurück, damit dieser nicht eventuell abgetauscht wird und vielleicht hätte hier Ding Liren das Spiel direkt öffnen sollen mit F5. Verpflichtende Entscheidung auf der anderen Seite würden seine Figuren auch mehr und aktiver ins Spiel kommen. Das wäre eventuell nicht schlecht gewesen, hier so fortzusetzen. Stattdessen wählt Ding einen eher, ich sage mal, passiven Ansatz. Er spielt den Läufer zurück. F3, jetzt stabilisieren sich hier beide Seiten, versuchen ihre Stellung weiter zu verstärken. H3, H6, König H2. Beide Seiten versuchen sich optimal hinzustellen und Weiß hat diesen langfristigen Vorteil wegen der besseren Bauernstruktur. Turm D1, B6, A3, A5, Springer E2. Jetzt wird der Springer hier manövriert. Ding sagt, ich möchte hier die Türme vom Brett nehmen. Turm schlägt D1, Turm D8. Nepo sagt, okay, wenn wir die Türme vom Brett nehmen, dann unter meinen Bedingungen, wenn du schlägst, dann kontrolliere ich hier die einzige offene Linie und es folgt C5, Dame D2 und hier spielte Ding nun den Zug C6. Das ist eine Ungenauigkeit. Er ist hier definitiv unter Druck. Wir sehen es auch links angezeigt. Weiß steht etwas besser. Ding sollte hier erstmal die Türme tauschen und dann C6 spielen, um genau das zu verhindern, was wir in der Partie sehen werden, nämlich dass die weiße Dame in das schwarze Lager eindringt. Auch hier steht Weiß besser, aber Schwarz steht natürlich auch sehr fest. In der Partie folgte direkt C6 und jetzt tauscht Weiß auf D8 ab. Schwarz muss mit dem Springer wieder schlagen, denn Damenschick D8 wäre direkt ganz fatal. Dann könnte Weiß abwickeln und hier sehen wir die potenzielle Gefahr in der schwarzen Stellung. Die ganzen Bauern stehen auf Schwarz von Schwarz und können hier angegriffen und gewonnen werden. Hier würden Bauern fallen und das Endspiel wäre verloren für Schwarz. So schnell kann das hier mit untergehen. Springer schlägt D8 also korrekt, aber jetzt Dame F4 ist sehr lästig und das hätte Ding verhindern sollen, dass die Dame hier eindringt in die schwarze Stellung. Nun B5. Ding hier definitiv unter Druck in der Stellung und auch auf der Uhr. Das Besondere bei der WM ist, dass die Spieler keinen Aufschlag bekommen pro Zug. Drei Sekunden bekommt man normalerweise bei den meisten Turnieren dazu, wenn man einen Zug spielt. Bei der WM ist das nicht so. Das heißt, wenn man sehr, sehr wenig Zeit hat, kann das sehr gefährlich werden. Dame B8 ist Drohläufer C7. Hier nochmal auf den gefesselten Springer draufgehen. König H7 deshalb Pflicht, um das zu verhindern. Und hier sehen wir einen weiteren kritischen Moment in der Partie. Weiß hat mehrere attraktive Möglichkeiten. Letztendlich entschließt sich Nepo zu Läufer D6, aber das ist nicht die beste Möglichkeit. Vermutlich am besten wäre Läufer C7 gewesen. Auch ein sehr logischer Zug. Greift diese beiden Punkte an. Schwarz zieht den Springer nach vorne, um ihn nicht zu verlieren. Und ein Bauer geht verloren für Schwarz. Warum hat das Nepo nicht gespielt? Vermutlich hat ihm dieses Gegenspiel nicht gefallen. Hier mit der Dame, die reinkommen kann. Aber Weiß könnte damit umgehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Hier Läufer C3 oder auch das direkte Springer F4. Und in allen diesen Stellungen sollte Weiß erst einmal einen Bauernmeer behalten und hat damit natürlich klaren Vorteile und Gewinnchancen. Schwarz hat auch seine Ideen, kann auch sich manchmal retten, indem er hier die Springer abtauscht und dann versucht, diese Stellung mit ungleichfarbigen Läufern Remit zu halten. Diese bringen häufig mehr Remit-Tendenzen in die Stellung. Aber nichtsdestotrotz, Weiß ist am Drücker. Weiß ist definitiv am Drücker. Das war eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, Nebenläufer C7 wäre auch Dame C7 gewesen, um in das Endspiel zu gehen. Auch das ist attraktiv für Weiß. Jetzt muss nämlich Schwarz erst einmal hier den Springer etwas schlechter stellen nach B7. Der König kann ins Spiel kommen. Auch das ist ein schönes Endspiel. Ob man es gewinnen kann, eine andere Frage, aber sicherlich Vorteil für Weiß. Was folgt in der Partie? Läufer D6 greift die Dame an und den Bauern. Sieht erst einmal auch nicht schlecht aus, aber das Problem ist nach Dame D7, wenn man jetzt Läufer schlägt C5 spielen würde, was Nepo nicht tat, dann könnte die Dame hier in die weiße Stellung kommen. Dame D2 und wiederum bekommt Schwarz Gegenspiel. Springer D4, Springer E6. Springer schlägt D6, Läufer schlägt E6. Auch das ist noch besser für Weiß. Auch hier hat man Chancen, aber der Vorteil ist definitiv bereits geschrumpft. Wir kehren zurück zu dieser Stellung noch einmal nach Dame D7. Vermutlich wäre es am besten gewesen, jetzt doch in dieses Endspiel zu gehen mit Dame C7, was wir eben schon kurz gesehen hatten. Ich denke, es wäre die beste Chance gewesen für Nepomnashi. Er spielt Springer G3, möchte seinen Springer verbessern. Springer E6 und auch hier steht Weiß nach wie vor besser. Sollte jetzt vielleicht einen langsamen Zug spielen wie C3. Auf jeden Fall den Druck hochhalten und keine Vereinfachung zulassen. F4 sorgt dafür, dass die Bauern hier etwas lose werden. Der Zug von Nepo. Jetzt schwindet der weiße Vorteil und wir sehen bereits die Stellung ist objektiv komplett ausgeglichen. Ding spielt H5, möchte hier den Bauer nach vorne bringen, eventuell und den Springer angreifen. C3 jetzt und H4 wäre möglich gewesen an dieser Stelle, wäre auch am besten gewesen, denn nach Springer F5, was erst einmal unangenehm aussieht, hätte man die sehr gute Antwort Läufer G6. Und das ist genau das, was ich meinte. Jetzt ist der Bauer auf E4 eben nicht mehr so sicher, wie er war, als der Bauer noch auf F3 stand und ihn deckte. Und hier, obwohl es natürlich ein wenig scary aussieht, gebe ich ganz offen zu, mit solchen Ideen kommt Weiß ultimativ nicht durch. Verständlich, dass ich darauf Ding nicht einlassen wollte. Er spielte stattdessen C4. Nun setzte Nepo den Riegel vor, hier mit H4, dass Schwarz da nicht weiterkommt, Dame D8. Und hier sollte jetzt Weiß wiederum es probieren im Endspiel. Also die Damen tauschen, dann F5 spielen und Weiß hat hier Chancen im Endspiel. Definitiv. Das ist nicht so leicht für Schwarz, das zu verteidigen, auch wenn nicht viele Figuren auf dem Brett verbleiben. Hier hat Weiß nach wie vor Chancen. Stattdessen, Dame B7 geht auf den Bauern, geht auf den Läufer. Schwarz sollte jetzt nicht den weißen Läufer schlagen, denn das wäre sehr ungünstig hier mit dem Bauern auf H5, der direkt auch attackiert ist. Und Springer schlägt F4, würde eine ganz kalte Dusche erlauben, nämlich Springer F5 droht matt, greift die Dame an und Schwarz muss direkt aufgeben. Also Ding muss auf jeden Fall auf der Hut sein. Er hatte nicht mehr viel Zeit, aber er findet die richtigen Züge hier. Läufer E8. Jetzt kommt der Springer nach vorne und die Damen vom Brett zu nehmen ist jetzt sehr sinnvoll für Schwarz. Und so kam es. Dame D7, Dame D8. Weiß kann diesem Abtausch nicht wirklich ausweichen, tauscht jetzt hier ab. Und in dieser Konstellation, Springer D4, ist jetzt kein besonders großer Vorteil mehr zu sehen. Für Weiß, es passt jetzt nicht so ganz zusammen. Der Läufer muss verhindern, dass der Springer hier nicht aktiv wird, deshalb kann er nicht gut nach C7, dann kommt Springer C5 direkt. Und nach E7 will man auch nicht, denn bald muss man den Läufer da wieder ziehen, muss vielleicht sogar aufpassen, dass der nicht verloren geht, dass der gefangen wird. Insofern spielt ihr jetzt Nepo E5, aber die Bauern auf Schwarz zu ziehen, bedeutet, dass die weißen Felder zugänglich sind. Und Schwarz baut jetzt hier in der Folge eine Blockade auf, auf den schwarzen Feldern, pardon, auf den weißen Feldern, mit Hilfe des weißfertigen Läufers. Jetzt wird der Springer aktiviert. Weiß gewinnt diesen Bauern für den Moment, aber der Bauer auf B2 wird auch verloren gehen. Und nach König F7, Läufer B4, Springer D3 sehen wir das, der Bauer geht verloren. Jetzt spielte Nepo E6, tauscht den E-Bauern gegen den C-Bauern ab. Und wir sehen schon, dass jetzt hier in der Folge eine komplett ausgeglichene Stellung aufs Brett kommt. Fast symmetrische, komplett symmetrische Bauernstruktur. Und so war es keine große Überraschung, dass nach König E3 Remis angeboten wurde von Nepo, was von Ding akzeptiert wurde. Die Aspartie bei der Schachweltmeisterschaft endet im Unentschieden. Und das ist definitiv ein Erfolg für Ding Liren, denn er stand hier unter Druck, quasi die gesamte Partie. Nepo zeigte sich gut vorbereitet, aber hat die Chancen nicht genutzt. Zweimal konnte er wirklich in großen Vorteil kommen, gerade an der einen Stelle, als er diesen Bauern gewinnen konnte. Dann hätte er das wirklich ganz, ganz lange probieren können. Und Ding hätte sich ewig lange hier verteidigen müssen. Stattdessen hat Nepo seinen Gegner etwas vom Haken gelassen. Also ist ihm etwas zu leicht gemacht. Und Ding kommt in sein erstes Weltmeisterschaftsmatch mit einem Remis. Morgen geht es weiter. Dann wird Nepo mit den schwarzen Steinen spielen. Ding zum ersten Mal mit den weißen Steinen. 11 Uhr geht es immer los. Deutsche Zeit. Und das könnt ihr auf allen gängigen Seiten verfolgen. Danach kommt auch wieder meine Analyse online. Was verbleibt mir noch zu sagen, jetzt zur Schach-WM gibt es auf beiden meinen Seiten Modern Chess, Eröffnungsrepertoirs und Chessens. Meiner Schachschule gibt es einen Rabatt von 20 Prozent mit dem Code WM2023. Geht für alle Kurse, für alles, was ihr dort so findet. Und es gibt ein komplett neues Repertoire von mir bei Modern Chess. Gewinne mit Schwarz. Komplettes Schwarz-Repertoire für Einsteiger. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.